xo message Ey Junge, ich musste gerade so lachen man xo hat jetzt 5 weiter nebengelegt Wollen wir das gleiche mit mit reinnehmen oder? Ja, machen wir Sicher? Ab, ja abrufen Sie haben vielleicht erzählt oder so, ne? Ja, dann kann man nichts machen Nein, dann nehmen wir einfach so halbflächen, ne? Ich geh links links Ja, du musst leften, Manu Dann geh ich rechts, okay? Ja, ja, du gehst rechts Geh links, top spawn Mitte runter, glaube ich Oben links Zwei Gas Links, 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 zwei links Ich bin auch blind Mega pur, alter Das weg, komm, komm Ganz cool, Jungs Banane push Mitte zwei Zwei Stück Mitte Zwei rechts Ja! Ach Boah, die sind durch, alter Puh Warum gehen wir da hoch überhaupt, wenn die nicht mehr sitzt? Keine Ahnung Xo Ja, war ich oben? Ja Okay Ihr habt die Pistel vorher schon entschieden, leider Ich hab einen gekillt oben noch Das wär ja noch gut, danach hätten wir weg gehen musst Vierer, vierer Rechtsaufbau Ihr nehmt schnell unter Fenster ein, bitte Trubel, du schimmelst noch links, ja? Ich bin direkt schnell vorher Ja, ich bin auch nicht 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 Mit drunter, mit drunter, mit drunter Mit drunter Geh mal ganz ins Eck, bitte Ach ja, dann springt er auf die Kiste, Mann Ruhig ganz ins Eck Boah, ich bin blind Fuck Ja und dann, Tube? Ja, ich war blind Kommst du dann ohne Hilfs, oder? Ja, blind, Mann Kannst du mal bitte aufhören zu labern, Mann? Geht schon tilt, ey, wenn ich sowas höre, ey Ganz ruhig, eine Eko Die werden immer unterm Fenster offensiv kommen Wenn die da schon eine Eko so machen Und wir auf jeden Fall da schon oft die Runden holen Die spielen wie Holzköpfe Ja, ja Mhm Ja, wenn ich dann eine Waffe habe, ist der Tod Aber So Erstmal Mitte, links, rechts, einfach Gesmokte Mitte Mitte, oben, rechts, wirft da eh jeden Fall Schieber Oben auf der Kiste Einer kommt runter Ich glaube jetzt Die werden bestimmt irgendwas machen, ja Ich geb mal euch die Bombe da, rechts Bombt rechts auch, ja Ja Aber bedenkt dran, dass ich da bangen kann, ja Wenn ihr unter Fenster einnehmen Mach, du sollst auf jeden Fall, ach du sollst da aufbangen jetzt Ist okay Alles im Griff Und dann Fenster offensiv Ich blech dir auch nochmal Wieder weg Wer ist nur AEs, bleib weg Verschieb schon zurück Abprox, einer bleibt dort Der Tixi bleibt da Der Tixi bleibt da Werft ihr noch eine AI ins Fenster Trubel, rund unter die Tür bitte Tixi, Tixi, du bleibst, wir spielen die DSN-Runde, du schleifst durch, ja Ja, ich komm mit über Tebis zu euch Soll ich Mitte was machen noch? Nein, bleib einfach bei uns bitte Nicht blind werden, der zweite bitte Hab die Mitte Ready Trubel? Ne, überhaupt nicht, warte, ich muss hier jetzt Act checken Alter Wir haben Katzen und Smokes Ja, ich will durch die Smoke ziehen, Manu Ready Warte, warte Leicht ihr mir, oder soll ich mir selbst aufmachen? Oben rechts auf der Kiste einer Hinten, hinten rechts ist er, ich smoke jetzt Mach's hier auf Mach auf Spot einer und KK wahrscheinlich Ja, alles Grand Spot wenn ihr habt Kann Spot flashen Sniper! Ah, einer hat mich gesehen, Mann Keiner KK Ey, einer los Ey, vor der Tür kippt nicht mehr Vor der Tür, ey, vor der Tür kippt nicht mehr Lala Keinen Frack gemacht Was geht denn ab? Ja, die Geld schreiben Ein Eco Ist ein E am B schlecht, Mann Ist ein E am B schlecht, Mann Ah, der hat mich grad gesehen, als ich hochgekommen bin Von B, ne, wahrscheinlich Naja Der ist über Kiosk verschoben Deswegen hat er mich gesehen Der Fenster wieder auf Der Fenster Kann man mit haben? Der Fenster Der Fenster Der Fenster Der Fenster Dann fahr ich Mitte mit AVO erstmal Und dann komm ich mit Katze wieder Die haben keine AVO, oder? Ne, nicht, dass ich was gesehen habe Ich bin bester Spawn, dann geh ich vor Früh schleichen, bitte Mitte gesmoked, fähr ich runter Hier hoffen sie Einfach vor Komm, komm, komm KK Blind Noch einer vor KK noch KK Warte mal bitte ganz kurz Verblind, ja BAWP offensiv Warte einfach Auf KK, ne? Ja, warte einfach mal Und in die Katze Einfach so KUNITUR IS AVO Oh, Mann, Alter Lass mal ein paar Runden holen Aufwach, komm Ja, aber sowas auf dem Grunddeck Da würde ich eh nicht spielen Weil die checken ja immer so Ja, wenn er den Frack macht Dann haben wir auch mal die Runde da Der zweite Ach Das war jetzt echt nicht so besonders gespielt Kommt Jürgo, bitte spielen Jürgo Mach aber nur was kommt Rubel Wir halten die Katze Wir können da fast nichts machen Was? B3 3 B Rushen unten durch Wir rushen unten durch Die Pints schon mal langsam rum machen Ich komm schon zu euch Geh in Posi, Manu Ich mach die Tür auf Ja Wir sind lefto Lecht, zweites für euch KK tot Noch einer da Ich jetzt jetzt noch mal Jungs, ich bin mit mir Der ist schon raus Einer ist, einer ist, einer ist Oder so Direkt vor dem 9 Spot tot Ok Vorm Spot Nein Wo seid ihr denn, nein Wo seid ihr denn, nein Im Spot Im Spot drin Nicht blind Komm mal ein paar zu euch jetzt Kann doch mal irgendein Spot Trashen Ich zieh einfach rum gegen den Mh Schönen langsam Abel Peer glaube ich Nicht sicher Ne auf keinen Fall Der ist vorne Ich dachte du spottest da Ich dachte du spottest da Schöne Runde Schöne Runde Meine Fache, ey Ich könnte eigentlich auch zu dritt kommen Ich bräuchte ne Waffe Ich schläge eine Nimm du die Wir machen unter Fenster ein Wir machen den Bego Aufbau direkt Ich hab eine Flash Wir brauchen auch nicht schnell einnehmen Wir können ja jetzt langsam einnehmen Wir sehen ja schlechtes Spawns Ja aber Die gehen immer zurück B Wenn du unter dem Fenster was machst Außerdem gerade waren sie ja zu dritt Ja am B hatten die gerade ne Arbe Wir können kurz Katze an Die werfen dann ja alles weg Ich hör gar nichts Headshot Da ist was unter dem Fenster Katze gecheckt Unter dem Fenster war was Grants geworfen Sind direkt weggerannt Wieder weg unter dem Fenster Ja Banane tot Ich hab die Mitte noch Ich glaub da sind sogar noch zwei Ich ziehn so einer Noch einer Mitte Einer kommt Banane vor Ja ich emm jetzt ab Kannst du mal flashen? Keine Flash Lass rumziehen bitte Kommt Geh 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 Jetzt geht ihr rum Ich mach weiter unter dem Fenster mit Mini Schleichen Ja ihr geht jetzt unter dem Fenster Komm mit ab Ich mach die Flash Wie gesagt Geh umgezogen Kann ich flashen gerade Deck ab Hauen Noch eine Main 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 Wir müssen ihn haben Main ist tot Schön Leg Standard Mach Haus Haus kommt eine Ja ist ok Leise Oben und unten Oben und unten Oben und unten kommen sie Tab Main Beide unten Beide unten Auf was schießt der? Keine Ahnung Du schießt hinter ich Wer schießt nach vorne Leg eine Leg auch Ok habt ihr alle? Ne leg mir Leg mir bitte mal Lege Ok Ihr macht rechts mal alleine diesen Aufbau Bitte Ich Ich gehe alleine Tür Und ihr riskiert nicht zu viel rechts Ihr müsst auch nicht durchgehen Aber unter dem Fenster nehmen wir trotzdem ein Nein Nein ihr müsst nicht einnehmen Ok dann bang ich mal kurz mit dem Mini Bombe liegt in der Base Ja Könnt ihr gleich spielen Katze Ae Wieder nicht spielen Du hast du dreimal geflasht Ich bin da jetzt eine Doppeldeckung Sauber Wir machen Instant Argo Wir warten nicht auf den Ja gesmawft Warte die Bormons Kommt zu euch Ich bin noch nicht ready Ich bin gar nicht ne Könnt ihr KK flashen bitte? Ja ich flash gleich Ich werde nicht blind Einer kommt Katze vor Ihm mit KK flash kommt Einer ist KK Aufm KK Navi Gut Im Spot oder so Im Spot oder so Im Fenster und Spot Ich morgen Ey ich bin low Im Puch im Puch noch Geht durch bitte Und hinten oder sowas Ich weiß nicht Leise einfach Ich lege links hier Deck bitte Katze Navi Da ist der Navi Ich hab gar gehört man Ey die stehen immer auf der offenen Platz Ich hab auch kein Geld Soll ich Spiel schon gewinnen? Ja Könnt ihr nicht nach dem ersten Crack Einfach mal nicht sterben? Ne ne? Weil der zum Spot gerannt ist Der rennt ja nicht zum Spot Der rennt offen auf dem Club So einfach Ja Ja aber ihr müsst ja auch nicht Um jeden Um alle Dinge da hoch wollen Ja ich hab halt geholfen Wer Manu mit ihnen kämpft Also dann Ja ich hätte ihn ja gehabt Er hatte 1 HP Ja ich smoked ja nicht mal Ja ich wollt ja smogen Bloß Manu kämpft mit ihnen Also geh ich halt rum KK Mitte unten Mitte unten Alte KKK Ach schade Geil schöne Ego Komm den Rest holen wir jetzt Fällt immer noch wenig Geld aber Ähm Wir machen Rechts Standardaufbau Danach werden wir am Ende ein Türgo spielen ja? Muss alles sehr sehr fix gehen Geh mal schnell in die Banane rein ja? Also in dieses Eck erstmal Falls sie auf sich kommen Ja Kann einer Bananenflash halten vielleicht? Kannst du einfach nur die Bananenflash halten Und unter Fenster erstmal scheißen? Ja ich Also ich bange und dann kann ich flashen ne? Unterm Fenster offensichtlich ABP Ach der hat mich gesehen ey Zwei unterm Fenster Keiner Banane Scheiß drauf Banane kommt vor Banane kommt vor Ja Ich zieh jetzt mit Ey willst du mir einfach mal flashen David? Flash kommt Kannst du gecheckt? Ja aber ist oben Ist okay lass Lass Türgespielen Manu Komm schon zurück Keiner von euch ist Tür ne? Wissen dass wir Türgespielen oder so Die werfen schon HE Katze Beide Kakao oder sowas sind die schon Ja ich Bombe nehmt ihr ich geh jetzt trotzdem Tür Ihr macht ohne mich schon mal den Anfang vom Go Granatenschnapper Ja Hast du noch ne Flash oder so Mini? Ja ja ich hab zwei Flashen Kakao hole ich Jungs ne Kakao hole ich Sind viele nah Die haben keine Wissen Kaka wieder Wenns geht jetzt schon flashen Bin blind Mitte wird geflasht Eine Mitte verschoben Kaka absolut zu einer Einer krampelt verschoben Auch einer Kaka glaube ich Spot trampelt auch einer Kaka frei Kaka frei Flash noch mal Spot Die Flashen Spot Flash Base AWP Base AWP Trot 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 AWP Jungs ich smoke ich smoke Und ich flash jetzt Flash einmal nehmen Nein das Spot Lege Immer noch dahinter ne? Ganz low Ja Du musst mir einen Free-Effekt erschaffen Bring Ja Kannst durch diesen Schlitz ziehen Warte mal Kannst durch diesen Schlitz ziehen Warte mal Busen vielleicht pass auf Die flashen Anerloh Nice David Die flashen Alter ey Die flashen Mega knapp Das geht Kannst du Waffe legen Manu dafür? Lege AK ja WAK ohne alles Wir machen sofort Tygo Roman du kommst recht schnell zu uns ja? Okay Außer wenn sie BACC spielen dann schimmelst du dir Keine Granaten Dann kommst du zu spät Ja Hört mal wenn drei da sind dann macht wieder schnell ja? Reine Flash Katze ja Manu sehr sehr schnell vorrennen bitte Flash aus der Tür Unterm Fenster aber leise Die kämpfen nicht so krass gegen Katze ne? Komm schon zu euch Die sind defensiv an B Ach man Wunden drin oder wunden? Der hat die Bombe man Grunde ist verloren Die können saven Wir probieren den zu holen Drei an der Tür Schleich Roman Schleich Roman Pass auf Schlechti Das ist ganz vorne Flasch Was ist das für die Flasch? Was ist das für die Flasch? Hehehehe Oh ein Punkt ist einer du Ach Geld schreiben Kein Geld Wenn alle kein Geld haben Wenn alle kein Geld haben Ja Schick dich Eko Wir kaufen danach einen Spielen A Split ja? Unter Fenster einnehmen und dann wird Asplett David, die verschieben gar nicht, gell? Katze Also B ist wahrscheinlich einfacher B sind immer A Eigentlich müsste man mal unter Fenster einfach durchkommen Da ist ja nur ne Colt immer Aber wir können Also die sind ja nie unter dem Fenster wenn wir da einnehmen Ja die AWP ist ja immer auf Die AWP ist ja oft auf B Die Ansage ist gebracht, ihr spielt jetzt einfach Gehen halt einfach defen sie von dem Fenster jedes Mal Oben benimmt links mit bitte Wenn ihr nur zwei im A seht ja? Dann ist bestimmt an der Tür Kommen die letzte Beine rum Und da ist jetzt unter Fenster Mitte ist das Mitte Mitte tot einer Unterm Fenster habt ihr auch gehetet Wieder definitiv unter Fenster Banane offen Jungs, ihr müsst jetzt schon zu kommen bitte? Ja wir kommen zu euch jetzt wieder Wollen wir weggehen? Nein Ihr macht A gleich was Deck dich doch Banane Komm einfach Flash mir mal bitte in Rückenkugel Wartet kurz Wartet kurz Wartet kurz Wartet kurz Ja ok Wir warten Jetzt langsam den Go in 5 Sekunden Komm Roman bitte Ja ich will nicht rennen Rechts Rechts ist jetzt Roman Ich hab den wenn er recht ist Warte warte Let's go machen Ich flash euch einmal die Base Taka frei Tür vielleicht Nee Taka tot Ort frei Hier ist frei Will dich schon suchen Bleib da Tick so Du bleibst da DTB ist frei Nein wir müssen auf jeden Fall einer tot Die AWP müssen wir holen Der Letzte hat A Wir sind schon vor der Main Und Nell Und Nell Und Nell Wolltest du eine Waffe Ich schläg dir Ich schläg dir Danke Wir machen den Bego auch vor Trubel Ich will dass du am Anfang laut links bist Und am Ende kommst du verzögert über Kaka Und killst Also du machst einen Frequenten Ja ok Also du spielst dann je nach Sektorstum Jo Pass mal mit unten auf Ungehört Unterm Fernseher wieder frei Check jetzt wieder Wieder verschoben Die verschieben zu zweit Ja Komm mit bitte Roman Ja ich bin bei dir Einer links oben bitte Ey der ist auf dieser Kiste Ich mach mal weit einen Step ja Warte Ok der ist da nicht Ich hab jetzt Banane vor Manu Ich hab keine Flash Das ist weit rum Ich kann B flaschen ne Warte Balana zieht keiner Jetzt flash Ich flash jetzt B Der zieht zu mir nur Ich flash nicht Ich flash nicht Ich flash nicht Mach nicht Mein Aave Da kommt der Manu Kann das hinten da Gibt's nicht man L L auch da Der hat schon übertrieben verschoben Mann hier war nur einer am A Unten im Kiosk Rechts im Kiosk Warte auf dich ja Oder wissen die Oder wissen die Ja ja die wissen's Achso Ja Kef Komm wir holen die Pisslern Schaffen wir das noch Schön gespielt eigentlich von uns Aber das bin ich Das sind halt so vierter im B einfach Wie viele waren auf dem B-Ford gerade? Zwei Zwei Oder es waren halt vier schon bei euch Zwei war ja normal Das ist Ist nur eine verschoben und den hab ich easy gekillt Das ist unglaublich Ich hab aber alles gesmoked und was weiß ich Auf geht's kommen Ich hab den Punkt nicht mit dir auch Zwei hörsch nix Kannst du dich mal über diese Kiste spotten Falls sie vorschleiten ne Mini Ja Bananen und einer Zwei Unten ist frei Komm hoch Trubel Renn auch Komm zu mir Roman Ich push schon Katz Ne das ist Trubels Trubel Einer hat mich gesehen Zwei dort einer hätten Ach das ist einfach ein Win Mich verschiebt zum B Ich mach jetzt unter Fenster Unter Fenster kann schon sein Aufpassen Hast du Katze Offensiv jetzt? Ich hab unter Fenster Richtig Achso Im Fenster Ja geh KK Ich helfe überall mit B vorne Ich bin B Drei B Der andere war unter Fenster Der wird euch abschümmeln Kann unter Fenster flashen Mini mach du unter Fenster Nein scheiß Oben drin Oben drin Oben drin Oben drin Oben drin Ost ich komme Navitz Nach unter Fenster Und Kios links Kios tot einer Ich hab grad banane ab Junge ich muss nachladen Unten L Unten L main 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 NEEIN Nein schön, Devkit liegt am Spot die spielen Bego mit HE oben rein das ist unglaublich die könnten sehr sehr gut kaufen ja, ich kaufe auch komplett also voll einkaufen ich habe HE und eine Flash dann gehe ich jetzt KK oder? du gehst KK und dann verschiebst du es zum Spot und wir versuchen dich auf jeden Fall zu retten ich würde da Anti-Sniper stehen am besten ja Anti-Sniper nein man wir brauchen einen Spot komm Ruhe konzentrieren wie am Anfang der Runde KK ist ok dann guck ich Katze schnell hoch alles ok mich verrecken komm Mitte ist frei ich habe Mitte ist ok alles auch Katze hoch sauber drin komplett ECO jetzt aber gewesen ja eine Diegel der hat aber viel Geld gehabt kaufen auf jeden Fall ja hier rein geh du alleine rein ok ähm du pushst vor wenn da nichts ist dann kommst du zurück und spielst Standard weiter ja soll man dann zu dritt B gehen oder? ne ne ok oder doch 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 B ist gut ist gut ist gut Banane bitte smoken aber Roman bitte ja? ja unten kommt ich verschiebe ich verschiebe ja ich verschiebe ja Jungs ich geh schon bitte runter ich seh nix ich seh nix Ruhe bitte Bumbe down ich geh zurück machen Katze Katze eine hoch Katze da schon Bombe ist unten da Jungs bitte nichts mehr resichern Alter der zielt Katze bleib mit der CT-Base Manu am besten du gehst über T-Base ja ok Ruhe mal bitte einer ist vor der Tür sauber Trubel ganz cool einer ist hier bei mir noch am Spot bei den Türen rein beide Türen rein nein die sind unten drin Ruhe Ruhe einer ist schon im Ausgang bei euch kommt nach ich bin hier das komm erst vor wenn Tixi schießt Acht ein HE kommt nice man sauber Trubel man Arno muss da so viel spielen oder nicht ne ne ich kann legen ich bräuchte eine kommen die Ecos jetzt super gut spielen dürfen keine Ecos machen du wuste dich wieder jo schnell noch in der Trubel sie werden das relativ oft spielen ich sag nächste Waffrunde werden sie Katze kontergesund scheiß machen irgendwas schnelles vielleicht ja einfach drauf einstellen ja und überlegen was er dann wie er verschiebt Mitte ist links Katze hoch ich ziel nicht ja ja ist ok ich ziel Einer nur Einer nur Einer nur Einer Fake Ich hab unter Fenster noch bitte bleibt B einfach nur B bleiben Wir haben alle auf jeden Fall Kontrolle Nicht, dass sie wieder Tür kommen oder so Wir stehen gut Ist der Fenster einer tot War der Rot einer Noch einer unter 10 Einer noch low, der war mitte und unten Einer ist unter Fenster rechts schon Links Einer kann schieben Ich helfe mit dem Fenster mit, ja? Ich bin eh schnell weg da Ich mach das nur Mitte Ich hab unter dem Fenster frei Ich hab unter dem Fenster Mach zu zweit B, bitte Die wollen uns vernaschen, ja? Bitte haltet irgendwo Sie's Ja, ich geh nicht vor Ich mach einfach nur Damm Oben, oben, in! I'll tell the rest to win Kommt der denn da hin? Er war scheinbar schon durch, ne? Unter Fenster, Agroaufbau, Fake, bitte Geh du alleine ins Fenster Ich helfe Banana eh und Flash, ja? Ich helfe aber nicht mehr in die Tür, ne? Ja, Roman Ja, Roman Ich will, dass du Flash Flash gezogen hältst Für Dingsbums Und wir haben erstmal Doppeltrubel Wir nehmen's dann nach einem wahrscheinlich, wenn da nichts ist A1, 4 Und der Fenster war eingenommen Drei Stunden A1, sowieso Wollen die Mitte halten Dachten die, wir gehen Mitte Da wird zwei Smokes liegen Kann ich auch unter Fenster Flashen? Unter der Mitte kurz checken, David Katze hoch einer Ja bitte Ich flash dir in den Rücken zweimal, nein 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 Flash einmal Fenster Ja Ganz ruhig Der Fenster ist frei Ich bin hier im Haus Ich würd gern mal ne HI Katze werfen Banane ist noch frei Ich würd eher B mal pushen, also Mitte umgedeckt, Navid Push Banane Aber ich kann dir einmal gleich flashen, wenn du willst Ja mach mal Banane unten einer Flash kommt Oh der kommt, Abbox, oh mein Gott Einer ist Banane unten Ich glaub die wollen Tyros spielen Einer Mitte unten Katze, Katze, Katze kommt Roman, pass auf Okay Flash einmal in den Rücken jetzt Fake, 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 B aufpassen, B aufpassen, B aufpassen, B aufpassen Mitte einer noch, lass auf Mitte Ruhe jetzt, Ruhe Mitte nicht mehr gedeckt von mir Unter Fenster, Mann, unter Fenster durch Unter Fenster durch Mitte frei Okay, ist okay Unter Fenster zwei Leute Nice, Mann Bombe unterm Fenster down, bombe unterm Fenster down Auf B Eins Sauber Ich wusste, dass er das macht Das hat er sogar im Pre-Game gemacht, dieser Bastard Du darfst von oben Nicht aimen, sondern du musst strafen Gegen diese Spieler, okay? Oder ich steh ganz oben Oder ganz oben Oder ganz oben, ja Das können wir auch machen Die haben wenig Geld Euer Geld schlau einsetzen jetzt, ja? Bitte nicht dumm verrecken Wir dürfen kein Malekro machen Die wissen grad nicht, was sie machen sollen Die wollen danach wieder Tyros spielen Das war AI, falls ich Binder werfen Bei 30 Nicht so da offen stehen, aber Wir haben gekauft Katze hoch Vielleicht einmal gegen Vielleicht einmal gegen Boah Einer Rechts und weg Rechts und weg Geh mal weg Ganz oben Noch einer Katze Vielleicht mal gegen, wenn du kannst, bitte Katze Ich flash weiß Ich flash gegen, unten Die rennen weg Die rennen weg Die rennen weg Pass auf, dass sie sich nicht abstimmen, Manu, bitte Sind jetzt Katze? Keine Ahnung Versuch zu spotten, bitte Weiterhin Alles gut Die sind wieder weggerannt, Katze Auf jeden Fall Nein, nicht Gleich noch der Rad Ja, ich hab noch ne Flash Könnte immer noch Tür-Go werden Einer ist in der Mitte Mit einer Trotz Schön Noch einer auf der Katze schräg Headshot Headshot, Herr der Katze Slow Bombe haben sie Ich hab deine hoch Bombe hat der B aufpassen Ich hab 16 AP Ich hab die Mitte gerade Unter Fenster durch, Manu Glaube ich Geh auf B bitte einfach Der kann unter Fenster durch sein Ey, lass mich mal mit 16 AP irgendwo vorgehen Katze frei Katze Schön Schön Schönen Trubel, du gehst unten rein Roman Ähm Trubel, du smokest einmal vorher KK Katze Trubel, äh Roman, ich flash und sowas Smoke und ich werfe ne Gren rein, ja Aber wir faken nur an, dass wir offensiv sind Und unter Fenster geht auch offensiv Und wirft HEs bitte Ja Wenn da was ist, dann sollte da damage passiert sein Ruhe A2 ist was Die haben gekauft, Kids, manu Achtung Nichts gewesen, unten ruhig, geh weg, Tixo Einer ist durch, Banane, verschiebe, rennen gerade auf B Ist der Leintrubbel Einer ist kurz, links im Kiosk, links im Kiosk Bombe down, bombe down Links am Kiosk, ganz slow, manu Oben drin, oben drin, kommt vor, der rusht vor, geht wieder weg Bombe ist noch down, Jungs Oben auf den Ding drauf Oben drauf, immer noch Nein, oben drauf, da ne Leite Ich hab Headshot made Der Mate hat eben, hat Nice Alter, wie schnell ist denn der da oben reingehnt Die waren das Kanz, ehrlich Die sind überfordert, die wissen nicht, was die machen sollen, ja Trubel, ich will, dass du wieder unten reingehst Boss, ich spiel diesmal vom Kaka, ja Die haben wenig, also die haben wenige Crips, wenn sie kaufen, ja Mal so 4.000 Deren Superrunde unten klappt nicht, die sind überfordert jetzt Weg und der Fenster wieder an Katze schnell, ne? Zu Mitte ist auch was schnell Ohr, bitte Unten kommt was Mitte Contact, kannst du flashen Ja, komm Unten einer down Einer Mitte tot Können wir bitte noch einer nochmal flashen Noch Mitte unten, A2 Noch einer Mitte, ich pushe und der Fenster chipmacht Beide Mitte, beide Mitte Ich hab mich flashen Ich komm, ich pushe Kaze, ich pushe Kaze, Navid Haben nicht die Bombe, Jungs Haltet sie einfach auf, ich pushe grad und der Fenster durch Bitte Steps Kann Kaze flashen, geh weg Wo, wo, wo? Verschiebe, Verschiebe Katze tot Er rushed, er rushed Kann Kaze flashen Der kommt Kaze, ganz ruhig Warte, warte Keine Bombe Nicht flashen, nicht flashen Der ist links T-B Leise Der ist in der T-Bist links, Jungs Achso, das war's gut Der kann nicht Katze Verschiebe Ich bin low, ne? Na, ich hol da Er kommt Er kommt Kaze hoch Er kommt Kaze hoch Er kommt Kaze hoch Kommt 100 pro hoch Bam Er ist blind War, ist schon oben Schön Boah, nice Er schlägt einfach grad aus, weißt Dann willst du mich verarschen dann Wie viele Runden hatten wir? Vier, ne? Vier Komm, noch vier Runden Ähm Und der Fenster auf Und ich geh jetzt mit runter, ja? Ja, dann geh ich aber Komm ich bei dir mit Du bleibst bei mir Mitte oben Dann komm ich mit dem Fenster Smoked trotzdem wieder Verbinder Ich hab jede Runde Verbinder gesmoked Mach heiß auf Banane Ich flash dir gleich mal, dann kannst du rumziehen, ja? Flash nur zweimal direkt einmal Lass dir aber mal Zeit, Navid Unter Fenster Wie viel, wie viel mal Wie richtig viel Roman Na, ich will eigentlich verschieben, ne? Ich verschiebe Darf ich verschieben Wir gehen auch links Rad Unter Fenster zurück Oh, fahr! Ich vielleicht... Ne, ja Eine noch ganz low In die A kommen A2 über T-Base Zurück Die Ruhe, die Waffe Grins Grins da rein, werfen wir hier ab Wo, genau A2 A2 Der Rest war A2 Einer noch low Push einfach, Manu Du machst das schon Geht euch KK Ich ziel von hinten der Tür aus, Boss Du musst nichts machen Ja, ich geh trotzdem KK Hast du noch ne Flash? Keine Ahnung A2 ist frei Dann Flash die Mitte, komm Wir haben viel ausgeschlossen Es kommt Da ist einer, Mann Nein, nein, da ist keiner Mittig, mittig Ah Ok, stimmt Noch einer Katze Geh weg, geh weg Der ist down Nice Mitte um Auf der Katze Schreibe bitte Ich baue nen Drop, bitte Sie wollten sich halt nen Turm machen da, ey Das war richtig knapp Ist da sofort weggehen, wenn da so viele sind Ja, ich dachte ich kann hier noch golden und selbst re-go machen, Mann Aber es hat nicht so geklappt Zuhören Tixo, du bleibst bei uns Roman, du smokest, erflasht die Mitte Und gehst dann, ähm Und kommst mit zu uns, ja Also du smokest nur die Mitte Tixo, du machst die Mitte Und wir gehen Katze verzögert vor Wie wir das besprochen haben, ne Mit diesen Mini-Stats und was Kannst du mich schon boosten? Ja, du musst mit, komm, ja Katze kommt weg Einer down, ich werfe A Ich Flash rechts Flash auch nochmal Hat Mitte einer auf Verschieber gewesen? B auf Pass Boos mich ganz hoch, boos mich ganz hoch Safe-Posis nehmen, bitte Ich verschiebe, ich bin unten Unten was? Im Keller Ey, die machen Argo Einer war noch Verschieber, ich zieh Der Einer war unten Kannst du mal zielen, dann schleiß ich unten runter Ich smoke gleich die Tür Abbie P Mach das Er ist tot Perfekt Wir können Fenster boosten Katze down Tür auf Tür auf Noch einer Tür, glaub ich War mir da und Katze, ja LoL! Sauber War er? Ich hab mich vernascht Irgendwie Okay, die haben sehr, sehr wenig Glück Und lass, dass die Runde selbst spielen, ja? Okay, wartet Die spielen Äh, Roman, geh du mit links Trubel, du deckst mitte oben Ihr geht verzögert B auf und ich geh mitte runter, ja? Geht mal zu zweit an Bar- Ah, okay, scheiß drauf Flash war mit dir alles was du hast, Roman, direkt Geh weg, geh weg Ich geh weg Ich hab 40 HP Ganz weg, Trubel, bitte Ich war Katze hoch Oh mein Gott, ich bin tot Nuller pro tot Hab ich bloß schon Katze von hinten? Ah Oh, sorry, Mann Man bekommt erst jetzt Katze hoch Ich geh T-Base mal Ja, mach, mach, mach Einer low Am Spot einer ist low Einer Tür Warum ist er nicht gelegt, oder? Ich flash jetzt gleich, wenn ihr bereit seid Spot gelegt Bitte flash Flash KK gleich Vielleicht so, dass der Spot blind ist, ja? Flash zweimal KK jetzt Euer Mate kommt Katze jetzt Jo Vorne rechts Ah, tickste vorne rechts Nein In der Katze hoch Ach, willst du mich verarschen? Da steht der echt Geld schreiben Alle Geld schreiben, bitte Ich hab schon gekauft Ich hab mal 5.000 Ich hab selbst gekauft Ich hab selbst gekauft Sind sie grad über rechts gegangen? A1 Ja, zu dritt oder so Ich geh mit AWP Mitte runter Okay Boss Boss, du bleibst da Brubel, ähm, wir spielen Standard Wir, ähm, wir boosten uns hinten rechts Ja Und es tickst hier alleine B, ja Jaja, ich geh auf Lass dich nicht verarschen Ruhe Und zurück Und zu B verschieben Noch einer A ist, glaub ich Reicht, reicht Verschieb zu B, bitte Jaja Hattest du Kontrolle? Tickst du? Banane? Ja, da war nichts Da war ganz leise Tür, wo wird das vielleicht? Ich werd smoken und gegenflashen die Tür, wenn was passiert Mitte unten einer Verschieb Ich kann dir mitte flashen Ne, ne Da E gefressen Der ist halt schon B weg, ja? Müssen sie erhalten, machen sie schon Ich hab nur unter Fetzer gerade, Mann Ich hab einen Kodus gelackt Ich hab einen Kodus gelackt Ich hab einen Kodus gelackt Ah, scheiße, könnte ich boosten Warte mal, ich muss was anderes Verlager Katze Flash Tür Katze Downbombe Gün she blind Und der Tür tot Möchte ich nochmal, der ist auch klar Der nöt ist hier nöt Mooby Bang Achtung Ich hol den, ja, wir haben eh genug Geld Mach das, mach das Ich hab nach hinten Geht nach hinten Wer kommt vor wieder? Die haben jetzt gar kein Geld, ja schön liefen sie, Fetschwin Ich hab meine Arbe gedrofft, ja Tobi, du bist unten rein, rushes vor, kommst zurück, wenn da nichts ist Boss, wir bussen uns links Wir haben einen AK? Ja Hier, gib mal her, bitte Boah, auch eine Mini-AK, Mann, übernade Ich hab auch Mini-AK gekauft Smoke, Katze bitte noch einmal, Trudel Ja, klar Ufa, Schieber gleich wieder Unten ruhig Kato Mitte Step Ich fiel noch Ah, Mitte 2 Ich bin in der Tür Einer low Die gehen für Shiba, ja Kann doch Katze raus, oder was? Ja, ja, kanns, kanns Einer tot hat 2 Katze kommt hier Katze hoch Auf der Mitte, mit hoch Nein Rush, Rush, nicht immer bis low Ähm Paar K geht der eine und der andere Spot Äh, ja Der ist ga... Ne, noch nicht Der hat paar Hits mit Leise jetzt mal Na, da ist ja Schauber 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 Wie haben die gespielt, Brand? Ähm, zu Sex glaub ich Also... Ja, das reicht Ja, das reicht Also wenn ich richtig gerechnet hab Glückwunsch zum 2. Platz Danke Danke Ist das schon sicher? Ich bin mir gar nicht so sicher Ich glaub schon, ich glaub schon Ja, müsste Trubel, du kannst schön appen Geht nicht Ja, schöne Hälfte Schöne appen Ich kann nicht appen Wieso kannst du nicht appen? Kaputt hier Ich kann hier nicht auf der Leitung appen Ja Trubel app demos Von mir hast du app ich morgen Trubel app demos Jetzt, now Jetzt, now Wer hätte uns einholen können Wie Mensch, ne? 16,6 Ja Wir sind halt Ungleich mit den Zitat, Runden fällt uns jetzt Boah, wir haben eine Runde mehr angeblich Wirklich? Achso, hatten Ne, ne Die Referenz ist Ne, wir haben mehr, man Viel mehr Müsstens um die Sechs Runden, glaub ich Müssten wir mehr haben Fünf Ungefähr Fünf mehr Oh Irgend so was Ich sage doch viel mehr Ich sage doch viel mehr Ich sage doch viel mehr, man Gut, ich bin mal raus Danke euch nochmal Fürs Jo Ja, klar, gerne Und Alles gut Viel Glück in den Playoffs Oder viel Erfolg, besser gesagt Danke dir Hau rein So Das war's Ich hoffe ihr hattet viel Spaß Hat echt Bock gemacht Den zuzuhören Auch ein sehr schönes Comeback zu sehen Die lassen sich wirklich nicht aus der Ruhe bringen Hat auf jeden Fall Bock gemacht Euch hoffentlich auch In 20 Minuten ungefähr geht es dann weiter Mit vielleicht nicht so einem hochkarätigen Match Allerdings auch wieder mit Team Radio Deutsche Ländermeisterschaften Das Finale steht an Niedersachsen gegen NRW Mit unter anderem Katsuya und Kirby Können wir dir ja vorhin schon gute Shots verteilen haben sehen Also Bis dahin Genießt die Musik Und Ja Wir sehen uns dann wieder Dann kann ich auch nochmal die Tabelle zeigen Und nochmal Ein paar Worte verlieren Scheitern ins Voice Red vielleicht nochmal mit den Jungs Die jetzt gleich spielen Also Holt euch was zu essen Wir sehen uns in 20 Minuten wieder Bis dahin Tschüss